Hallo zusammen, hier ist wieder heute China und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir jetzt mit Patch 8.2 dazu bekommen haben. Und zwar finden wir den einmal unter Quests und dann Battle for Azeroth. Und dieser schimpft sich, Pterodax Zemen leicht gemacht. Und für diesen müssen wir unserem kleinen Freund, dem Kuafon, helfen fliegen zu lernen. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes braucht ihr erstmal dieses Mount. Das müsst ihr euch über x Wochen hochzüchten. Dazu hatte ich auch schon einen kleinen Video-Mount Guide gemacht, den werde ich euch einfach verlinken. Und wenn ihr das gemacht habt, wahrscheinlich seid ihr schon bei dem Stand, dann könnt ihr jetzt ab 8.2 das quasi das Fliegen beibringen. Vorher konnte der ja wie meiner jetzt hier nur am Boden rumlaufen. Und jetzt ist es so, dass wir einfach hier wieder zum, ja, zu dem Pterodax Loa hoch können, zu Paku. Der ist hier oben auf den Koordinaten 71, 49 und der hat eine Quest für uns. Und die können wir annehmen. Und jetzt können wir quasi mit, ähm, hier, ja, mit Paku quatschen. Und die fragt uns, ob wir quasi auf das Viech vertrauen. Das sagen wir jetzt einfach mal ja. Hoffnung auf Rettung. Oh, jetzt kommt ein Video, oder? Oh. Er schmeißt uns runter und unser kleines Mount muss uns retten. Oh, es fliegt sogar. Ich wusste nicht, dass es eine Videosequenz gibt. Nice, es hat uns gerettet. Und es kann fliegen. Sehr schön. So. Kleine Videosequenz, jetzt können wir das abgeben. Und tada, haben wir das Achievement. Mehr ist es tatsächlich gar nicht. Und jetzt müsste unser Gaul hier fliegen können. Genau. Ja. Jetzt kann es endlich fliegen. Ich fand es ehrlich gesagt schon am Anfang dämlich, dass du dir so ein Flugviech zähmst. Und das hochpeppelst und es nicht fliegen kann. Aber der Kreis schließt sich. Mit einer ganz netten Questreihe. Und jetzt haben wir quasi hier raus einen Flugmound gemacht. Und wieder fünf Achievement-Punkte mehr eingeheimst über unser kleines Achievement. Wie gesagt, wenn ihr das Mount insgesamt noch nicht erspielt habt, dann verlinke ich euch da einfach den kleinen Mount-Guide dazu. Da habe ich schon mal vor einer Weile was gebastelt. Und ja, das war es soweit vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.